Hi, ich bin Melina von der GWG Lübbenau und ab sofort werde ich euch auf diesem YouTube Channel über die neuesten Infos, Veranstaltungen in, um und mit Lübbenau in Kenntnis setzen und auf dem Laufenden halten, denn Lübbenau ist alles andere als langweilig. Ich stehe hier gerade auf dem Öhr-Erkenschwickplatz, dort hinten ist das Kolosseum und genau hier wird am 10. September das 16. Lindenfest gefeiert, von der Lübbenau-Brücke organisiert und naja, was hier so abgeht, ich könnte euch das jetzt alles aufzählen, aber ich glaube, Bilder sagen mehr als Worte und deshalb guckt euch mal die Slideshow an. Sieht gut aus, oder? Und da uns Kinder besonders am Herzen liegen, könnt ihr euch, insofern ihr Kinder habt, auf unser Kinderkino dies Jahr freuen. Organisiert wird das von der GWG Lübbenau, also von uns. Was genau zu sehen sein wird, lasst euch überraschen. Wenn ihr noch mehr Infos über das Lindenfest haben wollt, geht einfach auf die Homepage www.lindenfest.com, klickt euch durch und guckt mal, was dies Jahr alles so abgeht. Und wenn ihr von weiter weg kommt und keinen Bock habt, Abend nach Hause zu fahren, wir haben auch Ferienwohnungen. Meldet euch bei uns und wir klären das. So, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht sogar beim Lindenfest, wer weiß. Ansonsten bleibt gesund, bis bald und immer auf die Mutti hören! Wir sehen uns bald wieder, vielleicht sogar beim Lindenfest.